Leute, ich grüße euch mit dem Horst die Signaturspruch aus der Strippmine. Hier ist er wieder, euer Lieblingssoziopath slash Psychopath, ja Slash ist gut, wir slashen hier uns durch die Welt. Ich grüße euch aus der Strippmine, wo ich das letzte Mal aufgehört habe, ich habe mir jetzt noch einen Uso-Jango, damit ihr wisst, dass ich euch keinen Scheiß erzähle, hier ist er, der gute Plumari-Uso, der war nämlich heute beim Aldi im Angebot, Digger Schwede, da habe ich gleich erst mal gesagt, weißt du, das gebe ich mir, aber dass ich jetzt den hier während der Aufnahme trinke, finde ich eigentlich auch wieder nicht so gut. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Ich weiß jetzt nicht, welcher Geburtstag es war, die Historiker, hier werden wissen, welcher es war, als ich oben die Flasche Whisky auf dem Plateau von Raspuales Dschungel getötet habe, ach, als ich jetzt dann die ganzen Kommentare, die ich leider nicht beantworten konnte, weil sie mir nie mitgeteilt wurden, gesehen habe, da waren auch ein paar von Raspuale drunter. Raspuale, was ist denn passiert? Warum hast du mich irgendwann nicht mehr gemocht? Ja, Raspuales Weggang von diesem Kanal, sein Verschwinden aus den Kommentaren, etc. fiel ja mit einer bestimmten Sache zusammen und deswegen nehme ich an, dass er Opfer der damaligen Desinformationskampagne gegen mich geworden ist, also sprich, dass da, ja, er weiß Bescheid, da war doch was. Wir wollen das gar nicht alles wieder hochholen, für einige Leute war es ja traumatisch, also ich war eher amüsiert. Okay, einige der Lügen, die damals über mich verbreitet wurden, haben mir natürlich auch irgendwie so ein bisschen zumindest die Zornesröte ins Gesicht getrieben, aber es hat mich bei der Weiten weniger getroffen, als der eine oder andere gedacht hat. Das ist der Krampen halt, ne? Du weißt ja, was ich davon halte. Ich haue mich jetzt hier doch mal durch. Wir haben eigentlich genügend Diamanten, um das auf die Kette zu kriegen, was ich will. Deswegen möchte ich das hier jetzt eigentlich auch nicht länger machen als nötig. Ich höre vor allem, die liebe Madame Laval, wird die Wand blupsen, hä? Ertrunkener und Lava gleichzeitig, das kann doch nicht sein. Ja, ich habe mich wahrscheinlich gerade verhört. Der Typ ist doch total besorgt. Nein, du hast doch gesehen. Hier, nochmal. Schau dir an, wie voll die Flasche ist, was da raus ist. Das ist das, was ich heute Abend getrunken habe. Also, jetzt sind zwei, das sind zwei kurze. Das kann sich noch ändern. Ja. So, aber wir haben nur 26 Erfahrungslevels. Damit kommen wir nicht weit. Da ich nur 30er Verzauberung mache. Ja, mir wurde gesagt, du kannst auch mit weniger verzaubern. Ja, kann man. Man kann sich auch ein Schraubenzieher ins Auge piksen und Augenklappe als modisches Accessoire sehen. Man kann alles Mögliche machen. Man kann zum Beispiel auch Phosphor an die Ukraine liefern. Aber das war ja heute so ein Ding, ne? Ich gucke in die News rein und sehe, Deutschland weigert sich, verbotene Waffen, Streuwaffen und Phosphormunitionen die Ukraine zu liefern. Und ich so, ähm, ja, das sollte man. Also, nicht, dass man das liefern sollte, sondern das sollte man verweigern. Ich meine, was kommt als nächstes? Ukraine fordert Atombomben oder was? Oder, äh, abgereichertes Uran. Das wird immer... Weißt du, ich bin ja nun in der Zeit aufgewachsen, als, ähm, uns in der Schule all die Friedenstauben, äh, so auf den Sack gegangen sind. Wenn mir jemand erzählt hätte, dass wir noch mal eines Tages, äh, sagen werden, äh, nein, kein Krieg, ne? Und dass uns irgendjemand dafür als irre bezeichnet und sagt, du bist total wahnsinnig, dass du Frieden willst. Wer hätte das gedacht? Weißt du was, ich nehme die schon mal hier raus und mache schon mal, äh, das Material fertig soweit. Na? Also, erstmal will ich hier auf jeden Fall, das geht mal gar nicht, dass hier so viel an Rotstein herumliegt. Ja, und ich wurde auch gefragt, wann machst du es denn endlich? Wann baust du endlich all die Eisenbahnen, die du versprochen hast? Aber du siehst ja, na, es gibt immer irgendwas zu tun. Irgendwas ist immer. Und, äh, ja, deswegen Geduld, es wird irgendwann passieren. Auf jeden Fall. Nur vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen. Vielleicht überhaupt nie. Vielleicht falle ich morgen tot um, wer weiß. Da scheint ja auch niemand drüber nachzudenken. Wer weiß, du kennst nicht die Stunde, du kennst nicht den Tag, da sich der Herr Jehova zu sich ruft, wenn du denn an ihn glaubst. Ähm, ja. Ja, ob du nun glaubst oder nicht, irgendwann musst du dran glauben, ne? Ja, so ist es. Gut. Ich werde das Zeug jetzt nicht anlegen, weil, ähm, unverzaubert ist das nur halbwegs nützlich. Ähm, ich überlege jetzt tatsächlich, gehe ich jetzt mal her. Äh, ich müsste dann hier den ganzen Quatsch mitnehmen, der, aber ich müsste auch die Diarrhoe mitnehmen. Ähm, Bett müsste man eigentlich auch, ähm, ich müsste demnächst mal wieder reichlich viele Betten bauen. Erstmal Tee. So, schon wieder acht Minuten. Acht Minuten oder sechs Minuten? Sechs Minuten. Sechs, wir haben sechs. Ob ich endlich mal, ähm, die Passage aus Radio von Spliff, ähm, in Intro rein donnere, damit ihr mal mitbekommt, woher dieses mit dem Sechs und so weiter kommt. Ja, ihr wisst es ja. Ähm, ja, es ist Nacht. Ich könnte die Nacht ja mal verschlafen. Und jetzt werden wir sehen, ob ich jetzt ein neues Achievement bekomme. Nö, bekomme ich nicht. Also, es hat funktioniert. Äh, die Achievements zu resetten, also die Errungenschaften zu resetten, äh, also, äh, auf meine, äh, in meinen Account zurückzuholen, hat funktioniert. Bin einigermaßen stolz auf mich, dass das funktioniert hat. 27 Erfahrungslevel. Also, ich würde sagen, wir pennen jetzt hier kurz. Äh, warte mal, ähm, pennen jetzt hier kurz. Äh, dann gehe ich, äh, ich bringe diese Dinge mal rüber, äh, ins Arkane-Institut Honkheim. Mhm. Legt die da in eine Truhe. Ähm, äh, dann gehen wir trainieren. Kann ich eigentlich das ganze Zeug hier mitnehmen? Geht das? Bitte lass es mitkommen. Ja, alles super. Äh, ähm, was kommt man sonst noch? Äh, ah, ja, den sollte ich mitnehmen. Äh, und dann habe ich noch, ich glaube, es kommt. Hier bleibt mal gar nicht, Digga. Ähm, ähm, ja. Mal sehen, ob ich den Weg noch finde zum Portal. Das war ja hier immer so ein klein wenig ein Problem, ne? Wisst ihr noch, wie oft ich mich hier auf dem Weg zum Portal verirrt habe? Oder, ähm, weiß Wörter vom Portal nicht hierher zum, äh, Hauptraum gefunden habe? How many times? How many times bin ich auch schon mal zu tief gelaufen? Ui, ich glaube... Mh, Uso. Äh, mit, äh, Rindercurry. Ja, wenn du das eklig findest, ne? Also, über den Geschmack kann man sich ja streiten, ne? Also, jetzt Uso mit Rindercurry. Also. Finde ich jetzt den Weg zum Portal. Einfach so. Ich würde es toll finden. Warte mal kurz, ähm, warte mal kurz. Ja, hier, Shoutout an meine Stammkomment... Oh, ich habe es geschafft. An meine Stammkommentatoren, den lieben, was die, der allerdings mir nie einen Shoutout gibt, an den lieben Kevin, du bist ja ganz treuer, an den Dennis SÜE, der ab und zu hier kommentiert. Äh, ja, und ansonsten, das war es ja eigentlich schon. Wer kommentiert sonst? Ach ja, der Herr Kittenkurmler. Äh, ab und zu und, äh, doch sehr viel. So. Soll ich hier mal reingraben? Äh, das könnte heiß werden. Soll ich hier mal reingraben? Könnte heiß werden. Ja, ob wir diesen Gang hier noch weiter, ob der jemals vollendet wird, das ist die große Frage, die ich nicht beantworten kann, weil, ähm, es wird bald ganz andere, äh, Wege geben. Ja, äh, es wird andere Wege geben. Mehr sage ich dazu nicht. Ach ja. Das hier ist ja auch mal schön, ne? Schweine-Kühe-Bull! Nein, und Schweine-Kühe-Bull hat nichts mit der Polizei zu tun, bitte. Ja, da war neulich so ein, äh, ein Mensch auf einem anderen Kommunikationskanal. Ja, und es gibt die anderen Kommunikationskanäle. Äh, äh, es gibt nicht nur, äh, äh, die YouTube-Kommentare und sonst nichts. Warte mal. Ja, inventar ist voll. Äh, 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 ich bringe erst mal das wertvolle Material rüber. Äh, ins Akanen-Institut. Ich würde gerne diese völlig, ähm, blödsinnige, was haben wir hier noch drinne? Ah, da könnte man einiges mit anfangen, mit einigem. Guck mal, was hier noch ist. Ähm, ähm, ja. So viel zu tun. Ähm, ähm, ja es gibt menschen die der meinung sind es würde keine anderen kommunikationskanäle für einen youtuber geben warum ist eigentlich so ein komisches geräusch in letzter zeit das geräusch ist anders und ich weiß nicht ob es ihm gefallen soll warum habe ich hier so viele tun das weiß jetzt auch nicht nein ob sie die an kommt da nicht rein ich packe mal hier die neue rüstung da rein ich möchte da noch mal ein bisschen was verdichten ist besser so dann unvollständigen lasse ich dann mal und start ganz schön viel lapis lapis die pisse ja ist eine gute band ist der gute band sehr unterschätzt warum habe ich eigentlich da noch so ja eigentlich müsste man hier mal einen vernünftigeren weg hoch zum portal machen ja das heißt ja hier ist auch noch nicht alles fertig ne stimmt doch ne also ich würde ganz gerne wenn wir hier sowieso schon sind und hier dieses gerät haben dem gerät habe ich jetzt ja habe ich rausgenommen gut das will ich haben das würde ich vielleicht auch noch haben ja wir haben blöcke wir haben stufen ganz slap wir haben blöcke wir am stufen sie haben slabs wir haben blöcke wir am stufel wir haben selbst wir haben blöcke wir haben stufen wir haben blöcke wir haben stufen die haben blöcke wir haben stufen wir haben snaps ja wohl ja dieses bett hier ich bekomme ganz komisch igien nichts neues ach dieser endermann mit seinem ich weiß ja er kann es einfach nicht sein lassen mit seinem rechtsradikalismus weißt du was also ich wollte gerade sagen diese etwas fragwürdige pflanzung hier würde ich eigentlich auch dann mal eliminieren wollen und ich würde gerne frag mich nicht woher ich es weiß dass in diese richtung unser zukünftiges zukünftiger weg führen wird das war falsch ich hab's wieder gekriegt das ist ja irgendwie mag mich minecraft heute vorsichtig sind schweinekühe bullen normalerweise am start ich bin mir noch nicht ganz sicher wie ich das machen möchte lass mich mal sehen ich hätte immer hier kommen bauen wir das doch fertig dann müssen wir gar nicht hier so angst haben ja das ist unser weg der tatsächlich halte ich fest zum el club so grande führen wird wir werden aber das portal das portal im nether wahrscheinlich um platzieren das ist es was ich ich mag hier nicht mit einer effizienz spitzhacke rumhauen glaubt mir ja ich möchte dann doch eine ich habe so viel quatsch dabei guckt ihr das an ich lasse den kraft tisch erst mal stehen ja ich möchte hier noch ein bisschen weiter bauen wenn wir hier sowieso schon sind dann wäre es einfach unverantwortlich und dumm genau das was ich normalerweise machen würde wenn ich hier nicht schon mal vorbereiten würde zumindest ich wollte eigentlich gucken wo sind denn meine koordinaten die erste koordinate ist die ja genau ich muss nach minus 32 auf dieser koordinate ich bin nicht besonders weit ich sollte vielleicht die effizienz spitzhacke aus dem schlott nehmen ist das widerlich schlott ja was kann ich dafür wenn das auf englisch so heißt ich will aufgenommen 15 minuten erst meine güte die zeit vergeht heute gar nicht das ist mir aber auch ganz rechts recht 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 ich habe das hier mal raus mir ist es egal ob das darunter fällt wüsste noch ja da hat einstmals hier alles angefangen die will ich sowieso aus dem schlott haben weil gefährlich doch du kannst das leugnen so lange wie du willst wenn du gefährlichkeitsleugner sein möchtest dann ist das dein problem ich sage einfach es ist gefährlich für mich ist es gefährlich ja wir müssen in diese richtung und dann ganz weit nach da drüben naja ganz weit vielleicht irgendwie können 100 blöcke sein oder so nichts was wir nicht schon mal hatten wie weit sind wir erste koordinate minus 20 das heißt wir müssen noch 12 in die richtung das 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 ja 32 minus 32 genau diese weite brauchen wir einfach durch hier ja ich weiß es noch nicht ob wir heute tatsächlich dann in die menschen eindringen das weiß ich nicht es sollte man ja auch nicht ohne ihren consent machen also ja kann man eigentlich also aber ich wollte jetzt eigentlich 123 ja gar kein schaden aber nee das ist noch nicht gut moment 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 ja ich hasse das ja manchmal über dramatisiere ich auch mit absicht ja falsch dann sollte ich vielleicht doch bin ein bisschen nervös mal wieder ja das mit diesen streppenstufen oben dran das ist irgendwie neues design element dass ich mal für mich entdeckt habe das jetzt einfach mal ebenso in den kanon meiner spaßlichkeiten einzug gehalten hat habe ich mich schon wieder verkühlt bei der ersten kleinen radtour die ich dieses jahr gemacht habe ja es ist mal wieder soweit ja natürlich es geht wieder los ich freue mich schon so darauf auf die auf die freuden des sommers wenn sie denn da irgendwann mal kommen ja 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 da ist ein crafting tisch okay alles klar das bringt aber nichts weil viel zu wenig platz im inventar ein einzelner stick ich würde ihn ja am liebsten weißt du was weil ich eine verschwenderische drecksaugen schmeiße ich diesen stick einfach mal in den abgrund weil der ansonsten für ewig darin bleibt die würde ich eigentlich gerne die netter wortzen die würde ich gerne woanders hin platzieren weil die ansonsten hier für ewig vor sich hin roten ja